Hallo, mein Name ist Matthias Lange. Ich bin Baumaschinenführer bei der Firma Jäger. Ich werde heute mit dem Abriss in der langen Straße der alten Fleischerei beginnen. Aber vorher noch schnell einen Blick ins Innere des Hauses. Innerhalb der nächsten Wochen wird das Haus vollständig verschwunden sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017